So, dann grubber ich da jetzt hier mal, äh, dann grubber ich da mal Feld 1. Haben wir noch irgendwo die Hüse da, wo gemäht wurde? Ja, hier, wo ich bin. Ich, ich mähe ja gerade noch weiter. Du mähst da gerade weiter? Ja. Wo bist du? Ach hier, gleich am Hof da. Weil neben dir nehme ich mal an, wenn du der rote Fleck da bist. Ja, ja, ich bin... Du mähst hier oben? Ja, ich hab hier durchgesappt und da war auf einmal ein Mäher, der vor einer ungemähten Wiese stand. Nee, die Wiese war nicht ganz ungemäht. Ja, nicht ganz. Weil ich die, die anderen vier gemachte. Ja, da. Meinst du, äh, von der Aufnahme von der nichtverwertbaren? Hallo, Mikey. Grüezi, grüezi. Hallo, Mikey. Grüezi, ja, ich hab sogar Verbindungsprobleme auf den Server zu kommen, aber hab Internet keine Ahnung, wo es liegt. Meine Fresse, ich werd noch wahnsinnig. Nee, echt. Ja, das ist natürlich schlecht. Ich hab da Charlie zockt. Ja. Kann nichts machen. Der Server zeigt's mir gar nicht an. Okay. Gleich fehlen da noch ein paar Motz. Ja, nee, weißt du, das zeigt mir ja nicht mal. Äh, oben geb ich ein Charlie zockt, aber da kommt unten kein Server. Achso. Die mal lauter machen, ja. Ja, den Magical. Also seid ihr gerade am Aufnehmen, ne? Ja, sind wir. Ja. Aber macht nichts, alles gut. Du wolltest eh mal in der Aufnahme dabei sein. Ja. Boah. Aber ich muss ja das... Jetzt... Endlich. Jetzt hab ich da Charlie zockt, aber der Surfer kommt nicht. Meini. Der Surfer kommt nicht. Ja, ich kann auf Aktualisieren drücken, kommt gar nichts. Ja. Ehm, Bulli brauchen wir schon nicht. Ja, ist raus nur. Kriegen wir auch ohne Bulli hin. Den haben wir ja auch noch. Ja, dann tanken wir ja erstmal voll die Kiste hier, mal gucken wie viel Geld da abgeht. Hm, 3.000. Haha. Ne, der ist ja schon wieder vollgetankt hier. Der wunderbare Schlüter. Ist das der neue? Ne. Achso. Ja, der ist neuer als der alte, klar, aber es ist nicht der neue Mot. Den haben wir schon das letzte Mal gehabt, den Schlüter. Achso. Ja, ein bisschen was größeres braucht man schon, als du da... Selbst der hat schon ein bisschen zu tun mit der Sargenmaschine. Deswegen hab ich ja das riesen Gewicht vorn drangehangen. Ja. Weil das sonst kaum lenkbar war. So, wo wollte ich den jetzt hinfahren? Dann zu Feld... Weiß nicht. Was fällt 6? Ne, Feld 4 wollte ich ihn hinschicken. Das war das. Ah, da oben wackelt ja sogar ein Wunderbaum drin. Hm? Das sieht ja schick aus. Aber es riecht's? Ähm, ich glaub es ist rot, also wahrscheinlich Erdbeere oder so. Oder Kirsche. Oder Kirsche, ja. Oder Menstruationstift. Was, hast du das gehört? Nein. Mein Mikrofon ist zu gut. Oh oh. Nimmst du gerade auf? Ja, natürlich. Okay. Ich heiße mich schon zusammen. Zu spät. Immer eine kleine Warnung vorher bringen. Ja. Nicht, dass die Leute mitkriegen, wie ich wirklich weiß. Das wäre nicht so gut, ne? Meinst du? Ja. Immer die verbale Maske aufsetzen, wie er weiß. Ja. Ja. Wollte der Maigi nicht irgendwie noch kommen? Ja. Ich find den Server nicht. Ich hab's eingegeben. Zeig's mir nicht an. Mach doch mal Charlie. Also. Gib doch bloß mal C, H, R, Charles, L. Du brauchst mal ein paar Buchstaben ein vorne. Ja. Schreib das doch auch nicht aus. Bei mir ist dann mal sofort da der Server. Bei mir auch. Ja, und übrigens, Deutschland, hä? Nicht die Schweiz, Deutschland. Ja. Ja, das ist extrem wichtig, dass du das richtige Land eingibst. Ja, ja, das ist ja klar. Da sind die Deutschen hier. Da hab ich's auch eingegeben, kommt kein Surfer mehr. Du hast irgendwas verkehrt eingestellt oder irgendwas, dass du was schaust bei dir. Ja. Ja, das klingt auch ein bisschen merkwürdig. Irgendwo verkehrten Haar gesetzt oder was? Dann muss man irgendwie mal gucken, da in den Einstellungen Optionen. Oder du hast einfach wieder irgendeine Map eingeben, die wurde nicht findet. Ja. Ja, gut, aber dein Arbit 1. Brauch keine Map eingeben. Nur den Server suchen. Nur Charlie. Ja, ohne die Optionen musst du das natürlich alles einstellen. Irgendwie. Mods alle. Maximale Spieler 16. Und so weiter. Der Studio verbraucht ganz schön viel Benzin, ne? Kann das sein? Kann sein. Weiß ich nicht. Ich hab den noch bis jetzt kaum gefahren. Achso. Ja, wobei... Man hat damals gekauft und reingeklatscht und sie zu. Und äh, ja. Grüß dich dann. Bleib da, wo der stehen ist. Jetzt wollte ich wieder auf den Stick drücken zum Hupen. Ich hab ne echte GTA-Marke. Ich denke, wir haben ne Hupen. Warten mal, das war Null, ja? Ja. Null ist Hupen. Dann dort quietschen. DDR-Mobed Hupen. Ich krieg einen Drehwurm. Ich hab's bald geschafft. So, aber schnell weiter springen hier. Oh, die Raupe ist auch fertig mit Grubbern hier auf dem einen Feld. So, mit Helfer geht das. Drinsitzen in der Raupe und zu gucken, bis sie fertig ist, das ist ermüdend. Ja. Ich fahr die mal tranken eben. Die Raupe? Ja. Ja. Mach's gut bis nächste Woche. Da würde ich wirklich einen Bulli nehmen, wenn's zu weit weg ist. Ne, die ist doch auf Feld 7, das ist direkt beim Hof da. Ja. Mensch, Flo, die Leute wollen einen Bulli sehen. Ah, die wollen einen Bulli sehen. Natürlich. Ich meine ja nur. Können wir mal zeigen, was wir haben? Hast recht, hast recht. Du wolltest bestimmt nicht zu gucken, wie du stundenlang mit der Raupe durch die Gegend zuckelst. Naja, da hast du auch wieder recht, ja. Das ist ja Szenenverschleppung. Ursus. Da ist... Ne, das ist der... Gas. Den sieht man ein bisschen schlecht, das fällt so komisch in der Halle. Oder verkehrt rum. Ja. Oder richtig rum, weißt du, dass man wieder die Wand sieht, wenn man durchzackt. Da ist der VW-Bulli hier. Uiuiuiuiuiui. Schönen Sound hier. Brumm 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 brumm. Mhm. Find ich auch geil. F war Licht. F wie Licht. Wer kennt das nicht? Gmbad hat Markeelicht, hä? Das... Mh... Weiß jetzt gar nicht so genau. Ich wollte vorhin das Licht einschalten, das ist wie ein anderes Fahrzeug. GDA-Macke. 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 Ja. Gda-Macke. äh, äh, einen anderen Hänger Ah, 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 haben wir den Hänger überhaupt? Nein Warte, ich beruf ihn schnell Hammer, Hammer vergessen hier, ach, verdammt Was für einen Hänger brauchst du denn? Ein Bulli hinten dran Warte ich Da gibt's extra so einen Hänger, fahr mit zum Shop Ja Ich bin auf dem Weg Brumm, 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 Brumm Hey, äh, Tom, wo haben wir die Hänger drin? Der Hänger Äh, Moment Der müsste... Da ist es? Ein Kipper, glaub ich, drin sein Wo ist denn denn der Mercedes Kipper? Da, Mercedes Einachs Hänger ist das Bei Kipper, Mott Kipper Dann halten wir bloß den Einen Ja Hast du schon gekauft oder soll ich? Nee, hab ihn noch nicht gekauft Ja, dann mach ich gut So, wenn du Glück hast, steht da jetzt ein Hänger rum mit einem Fass drauf Ja Entgegen des Bildes müsste da ein Fass drauf sein Ja, das ist ein Fass drauf Bei mir im Spiel habe ich nämlich zwei solche Hänger, identische Okay Den kann man wirklich als Hänger benutzen und den anderen ist ein Fass drauf, da weiß man immer nicht, was was ist Naja, hast du den richtigen Hast du den richtigen Hast du den richtigen Noch mal bearbeiten, aber ne Ist das schon voll? Oh, ne, das ist feil Hm? Ja, ja Das ist irgendwie dauervoll So, da schauen wir mal da hoch Von der Halle gibt's für den Hääähähähähä Oh gucke mal, Kühe Wir haben ja Kühe Unglückliche Kühe 44% Armen Schweine Ne, Kühe Ja, da müssen wir ein bisschen mit Mischfutter versorgt werden Brauchen wir erstmal Stroh wieder an Ach, wir hätten von in das ganze Stroh verkauft Ich denk Ich denk eingelagert. Ich weiß auch, ob man das raus machen kann, bei dem Lager. Äh, was gibt's nie? Milch? Mhm. Okay, auch so richtig. Das ist auch geil. Schön im Budi-Tankstation hinten drauf. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal.